Ja, liebe Jägerinnen, liebe Jäger, wenn Sie gewinnen wollen, dann müssen Sie mitspielen, dann müssen Sie mir jetzt eine Frage beantworten. Und zwar, neben einer guten Lebensraumverbesserung, die wir für das Niederwild ja nötig haben, und wenn wir das auch tun, da alle Hausaufgaben machen, dann braucht es noch eines mehr. Was wird das wohl sein? Ja, und wenn Sie die Antwort wissen und gefunden haben, dann tragen Sie sie ein auf der Seite wildundhund.de slash tour2018. Da finden Sie dann die Möglichkeit und dann können Sie gewinnen.